Der Stufe A New York hebt sich durch seine innovative Nutzung von Wasser als Wärmeträger von anderen Modellen ab. Mit einer maximalen Heizleistung von 25 Kilowatt ist dieser Pelletofen besonders leistungsstark und für größere Räume bis zu 160 Quadratmetern geeignet. Die Wärme wird dabei gleichmäßig im Raum verteilt, da das Wasser in einem integrierten Kreislauf als Trägermedium verwendet wird. Dies sorgt für eine konstante und angenehme Wärmeverteilung. Der Wirkungsgrad dieses Modells liegt bei beeindruckenden 92 Prozent, was bedeutet, dass nahezu jeder Pelletschnipsel effizient in Wärme umgewandelt wird. Weniger Abfall und mehr Wärme sind das Ergebnis. Besonders praktisch ist die WLAN-Funktion, die es euch erlaubt, den Ofen über eine spezielle App von überall auszusteuern. Ob von der Arbeit oder unterwegs, ihr könnt die Temperatur regeln, das Heizprogramm anpassen und den Betriebsstatus in Echtzeit überwachen. Mit einem Leergewicht von 40 Kilogramm ist dieser Ofen relativ leicht und passt dank seines kompakten und eleganten Designs perfekt in moderne Wohnräume. Der Ofen kombiniert hohe Leistung mit moderner Technologie, was ihn zu einer großartigen Wahl für alle macht, die sowohl Effizienz als auch Kontrolle schätzen. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir noch dieses Video an.